So, jetzt werde ich mal gucken. War das denn, dass hier eine neue Reise beginnt? Ja, wir beginnen eine neue Reise. Ich werde mal hier das neue Spiel jetzt mal testen. Ich kacke das bis vorhin auch nicht, aber Schrixx hat mir das gezeigt bzw. empfohlen. Und deswegen, ich muss mal hier mal gucken, habe ich gedacht, das teste ich mal. Mal gucken. Wie das funktioniert. Konflikt zwischen den Siedlern und den Nationen. Klar, wir springen jetzt hier. Am nächsten Morgen. Okay. Bist du wach? Was will er denn hören hier? Es war wirklich eng hier drin, weil ich letzte Nacht alles versucht habe, ein trockenes Plätzchen zu finden. Survival und Überleben. Also Survival geben letztendlich, ne? Ja. Du kannst jederzeit auf deinen Rucksack zugreifen. Du hast die Möglichkeit, den Inventar zu verwalten. Gegenstände herzustellen, deine eigenen Aufgaben einzusehen. Beachte, dass du eine eigene Gegenstände herstellen kannst, wenn eine spezielle Fertigungsstelle in der NDR ist. Okay. Herstellen, herstellen. Okay. Und das sind das hier. Kiste. Wer und die beim Kauf und Verkauf von Wahlen genutzt wird. Leute, die lesen können, zahlen bestimmt einen angemessenen Preis dafür. Okay. Also. Gesundheit. Oha. Was ist denn hier passiert? Kamerasteuerung. Um die Kamera nach links zu drehen. Rechts zu drehen. Ja. Auf PC, ja. Ja, ja. Auf PC. Manche können das schwierigste Ding aussehen. Du kannst die Kamera mit dem rechten Analogstick oder mit der Tastatur drehen und dem Mausrad zoomen. Ja. Jo, Anne. Oh, ja. Was denn, was sollen wir nur tun, dieses Grauen, das über uns kam? Vielleicht erst geht's mir gut. Es ist einfach mein Haus, mein schönes Haus. Es liegt in der ganzen Siedlung. Oh Gott, sieh mich an, wie ich mir wegen meines Hauses die Augen aus dem Kopf heule, während all diese Menschen ihr Leben verloren haben. Es ist alles so chaotisch hier. Hey ho, let's go. Hey, sei gegrüßt. Gibt es irgendetwas, was ich tun kann, um dir zu helfen? Eigentlich schon. Die ganze Siedlung liegt in den Trümmern. Wir können also jede Hilfe brauchen, die wir kriegen können. Zuerst brauchen wir Holz. Auch wenn wir das Sägewerk dort drüben haben, bezweifle ich, dass wir genug Holz haben, um Häuser wieder aufzubauen. Und dann, wenn wir das noch an. Hast du eine Axt? Musst du, muss ich ja ein paar Bäume erfüllen. Hast du eine Axt, die du mir leihen kannst? Ich hab noch meine Axt gesucht, aber ich kann sie in den Trümmern nicht finden. Ich hab's ja allerdings diesen Feuerstein. Wenn du ihn an einem stabilen Axt... Ja, das hat, äh... 20 Euro, glaub ich, an stabilen Axt befestigst. Genau. Könntest du da wohl vielleicht eine primitive Axt herstellen. Denn außerdem habe ich noch... Diese Geweiß... Okay. Sorry. Hahaha. Ah, das ist immer... Das ist immer doof, ja. Hilfe in der Not. Es sieht so aus, als ob diese Leute meine Hilfe brauchen. Ich brauche eine Axt, um ein paar Bäume zu fällen. Joanne hat mir neuen Feuerstein gegeben. Mal sehen, ob ich etwas finden kann, um daraus eine primitive Axt herzustellen. Sable Zweige von den Kiefern, öffne deinen Rucksack, stelle eine primitive Axt her. Okay. Geweih. Okay. Was machen wir denn hier? Okay. Ne, das freu ich nicht. Warte, warte, warte. Kieferdurchsuchung. Neuer Bauplan. Primitive Axt. Ah, okay. Ich sammle ein paar Äste. Das ist ja schon mal gar nicht so verkehrt. Aber... ...gegengestand herstellen. Okay. Guck mal, jetzt habe ich hier... ...zuweisen. Mit dieser Axt kann ich Bäume fällen, um an Holz zu kommen. Wirst du deine primitive Achse fälle einen Baum. Sammle etwas Holz. Warte mal. Wie kann ich denn jetzt... ...ausrissen? Warte mal. Wie kann ich denn jetzt... ...ausrissen? Alter, es dreht sich hier noch spiegelverkehrt. Das ist ein Scheiß. Ja, ja. Ja, 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 ja. Geht so, ne? Geht so. Kam die schon raus, ja? So. Okay. Irgendwie... Achso, x. Alles klar. Warte mal hier. Ja, hallo. Ja, gleichfalls. Danke. Ciao, ciao. So. Guck mal. Stelle eine primitive Spitzhacke her und sammle Steine. Steine sind eine wichtige Ressource zum Bauen. Ich kann eine einfache Spitzhacke herstellen und damit ein paar Felsen zertrümmeln. Okay. Wie baue ich denn jetzt... Wie baue ich denn jetzt eine Spitzhacke, Leute? Ah, okay. Gegenstand herstellen. Okay. 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 Wunderbar. Neuer Bauplan Feierstein. Sammle Steine. Sägewerk... Ja. Grundsätzlich schon, ja. Also gut. Zeit anzufangen. Meinst du nicht auch? Sägewerk wurde nur zum... Okay. Das Sägewerk wurde nur zum Verarbeiten von Holzknuss. Leider ist es in einem jetzigen Zustand unbruchbar. Wir müssen also ein Haus aus Baustellen bauen, anstatt aus Bredden. Zuerst. Wie konnte ich das nur vergessen? Bevor wir ein neues Haus bauen können, müssen wir das alte natürlich abreißen. Mein Verstand ist diese Tage wirklich nicht zu gebrauchen. Wenn du einen Hammer herstellst, kannst du damit mein altes herstelltes Haus abreißen, um Platz zu schaffen. Und später kannst du das neue Haus bei Bedarf anpassen. Okay. Stell dir einen Hammer her. Okay. Fede. 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 Anfang. Einfach nur etwas Steine. lara. O. Die Frage ist ja, wo findezen ich denn jetzt hier Sammle Pflanzenfasern. Ok. Okay, das wird sehen los. Wo kann ich denn jetzt hier Pflanzenfageln sammeln? Wenn ich ein Hammer herstelle, kann ich Bauwerke anpassen, Pflanzenfageln umfindig, Pflanzenfageln schrecken, ich muss Pflanzenfageln suchen. Das sind Gäste. Wo find ich hier? Ach komm du. Hammer schwer und schlafen. So. Wo finde ich denn jetzt hier Pflanzenfageln und Scheiß? Mein Name, Peter. Das war eine Pflanzenfagel. Das war eine Pflanzenfagel. Oh, ich brauche noch mehr Pflanzenfageln. Ich brauche noch mehr Pflanzenfageln. Das war eine Pflanzenfagel. Unterkunft von dem Hanna. Benutze den Hammer, um bestehende Gebäude zu verändern. Auch die, die du selbst gebaut hast. Du erhältst die Ressourcen zum Teil zurück, okay. Reise hier ums altes Haus ab, okay. God. Gut, um selber etwas bauen zu können, brauche ich eine Werkbank. Dafür brauche ich Fasern von den Pflanzen in der Nähe. Stell eine Werkbank her, platziere die Werkbank. Okay. 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 So, ich habe das Chaos beseitigt, dass sie mir Theoriten angerichtet haben, Zeit Joe N. eine neue Unterkunft zu bauen. In der alten Seegündel finde ich bestimmt noch etwas Holz, stelle mir das vier Fundamente an der Werkbank her, baue ein neues Haus mit Wänden und Dach. Vier Fundamente. Holzfundament. Okay. 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 Pregnade Da sind sie, ok. Unterschlupf und Vorteile, je besser und größer ein Unterschlupf, desto mehr Schutz bietet für jede Ausbaustube, werden weitere Vorteile freigeschaltet. Wir bauen weiter. Okay. Let's go here. So, let's go, we're going to map out here. Let's go. Oh, yes. So, Wiederaufbau von dem Bau, ein neues Haus mit Wänden und Dach. Dann würde ich mal sagen, brauche ich hier, brauche ich hier auf alle Fälle. Brauche ich noch Holz, auf alle Fälle. So. So, let's tapfinde. So, let's go. So, das hat hier gar nicht reich, der Tolls, was ich hier alles habe. Meine Wille. So. Siehste, aber mir knallt es hier leider richtig. So, ich weiß nicht. So, ich weiß nicht, 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 ich auch noch so ein Holzsaugel. die Kiefer fällen, bitte. Feuer frei, Feuer frei. Nein, 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 nicht so. 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 Die Kiefer, die muss auch erstmal dran glauben jetzt hier. Neun, zwei, drei, vier. Ey, schimpf nicht so laut. Schimpf nicht so laut, du schaffst das schon. So und jetzt, wie beugt denn jetzt ein Dach hier? Holzdach. Ja. 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 Flachdach. Scheiße, ich glaube, ich habe hier zu viel gekauft. Ich glaube, ich habe hier zu viel gekauft.